Hallo, ich bin die Janine. Ich modere jetzt die News bei Divinitus TV. Ich werde euch immer das Neueste an der Hip-Hop-Szene in Österreich erzählen und wenn ihr was Neues habt, dann schickt es uns an divinitus.at. Ich komme gleich zu den Releases. Da gibt es den Sebo-Kill. Er ist ein Hip-Hop aus Wien und er hat mit dem Notist ein Mixtape rausgebracht, namens Stadtland-Slang mit 13 Tracks und sie bevorzugt den Oldschool-Flair und sie haben viele amerikanische Beats drauf. Die Crew-Out bringt im Februar EP raus mit dem Namen Auf ein Wort. Es wird bei den Tonträger Records erhältlich sein. Die EP wird erstmals am 10.02. auf FM4 bei dem Sender Tribe Vibes vorgestellt. Release-Partys sind am 11.02. in Wien im Luftfahrt und am 12.02. im Kapu in Linz. Die Vorarlberger Benetranter Sorte von Deiner Mutter Records haben jetzt ihr drittes Album released, namens PS3. Es ist erhältlich auf ihrer Homepage. Don Leon hat am 1. Jänner sein Street Tape namens Österreichs Albtraum zum Free Download ins Netz gestellt. Thomas Wien hat ein Mixtape im Jänner rausgebracht. Es umfasst 12 Tracks, Features Raptor, Asman, Swabba und viele mehr. Death Hill von Pupenbox Records hat im Jänner ein Mixtape rausgebracht namens Ich Gib Kein Fick. Das waren jetzt die Releases. Jetzt kommen wir zu den Videos, was letztes Monat rausgekommen sind. Dabei haben wir das Video, was von mir kommt. Das Split-Video am Zielger Siga Mi von Ericsson, 500 und Mexican G. Das ist die erste Single-Auskopplung von dem Album Niederschlag mit dem Titel Zeit von Moss und Aser. Letztes Jahr ist das Album Ego Shooter 2 rausgekommen und dieses Jahr haben sie das Video dazu rausgebracht, Müllmänner von Demolux und Teaser. Die lebende Legende aus Wien 10 IMC hat das Video Mixtape kommt rausgebracht. Die Jungs von Bossa Nostra, Aikidi und Rockolet haben das Lied Fire rausgebracht. Zurück nach Wien, Rap-Terror und Asman & Nolly zu einem neuen Video. Der Austro-Rapper Aki Wirklich mit seinem neuen Video ist Mineralwasser. Was? Jetzt kommen wir zu den Konzerten. Am 12.02. Mr. Mega Plus gestern in der Music Party Viggoon um 21 in St. Pölten. Die Hörspiel-Grew spielt am 12.02. in Heidenreichstein in der Margithalle. Die Foreign Baggers spielen am 3.02. in Kapu in Linz, am 4.02. in Sakok in Dimmelkamm und am 5.02. in der Szene Wien, wo am 4.02. und 5.02. die Hörspiel-Grew als Vorband ist. Am 18.02. haben wir Blumio in der Szene Wien, am 19.02. Materia in Szene Wien, am 11.02. ist Our Release Party im Luftbad in Wien und am 12.02. Kapu in Linz. So, das war unsere erste Folge von Divinitus News und ich freue mich schon auf nächstes Monat. Das war's von mir. Danke.